Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hey Leute, ihr wisst doch, dass ich Horrorfilme hasse. Ich dachte, das wird hier ein spannendes Wochenende. Ja Mann, war doch nur ein Scherz. Warte, ich glaub, da rennt er irgendwann hinter uns her. Hä, was? Was? Wow, soll er vielleicht anhalten? Ja, ich denke schon. Hä, wo ist denn? Der kann doch nicht einfach verschwunden sein. Ja, ich denke schon. Oh, das sieht gut aus. Wow. Wow. Das ist bei. Oh, das ist bei. Oh, das ist bei. Sorry, leider. Ich bin irgendwie lost. Ich hab fast einen Herzinfarkt bekommen. Alter, ich glaub, der Assehahn ist irgendwie kaputt. Wieso das? Na, da tropft die ganze Zeit. Ach, das wird schon nicht so schlimm sein. Das ist bei. Wir haben einen Moment, ja, aber ... Wer soll sonst spielen? Da kippt uns einen schönen anderen Fasernasen. Guten Morgen. Morgen. Gut geschlafen? Ja, sehr gut sogar. Ich glaube, ich habe seit Wochen nicht mehr geschlafen. Oh, nice. Wo ist denn eigentlich Tim? Ist er nicht noch bei dir im Zimmer? Nee, ich dachte, er war bei euch. Vielleicht ist er joggen gegangen. Ja, wahrscheinlich. Ich kann ja immer nur so viel Sport machen. Was zur Hölle? Wie ist das denn passiert? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe nicht erinnert bekommen, wie heute aus dem Zimmer gegangen ist. Was ist das? Okay. Fuck. Das ist nicht möglich. Das ist unser Auto. Das sind wir. Das ist unser Auto. 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 Das ist unser Auto.